So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Infofolge. Und als hätte ich nicht vorhin noch die Mai-News aufgenommen, alle News für den Mai, dann chill mit Ramses gemacht, was wieder mal sehr cool war. 50 Zuschauer durchschnittlich, obwohl es gar keine Verlosung gab. Trotzdem, war genial, gab coole Themen, haben coole Sachen gemacht, wollen ja morgen, also am Dienstag dann, 20 Uhr, auch mal ein paar Seven vs. Wild-Bewerbungen zusammen anschauen. Und jetzt habe ich mich gerade aufs Bett gelegt, Pupsi hat sich schon gefreut. Und dann habe ich gesagt, warte mal, da haben sie noch ein Event rausgehauen, ich setze mich noch mal kurz ran. Wir haben es vorhin in den Mai-News schon angekündigt, ein intuitiver Held, das nächste Event. Diesmal also Team Gelb, Team Instinct, ja. Da war ich so durcheinander bei den Mai-News, denn es gibt ja das, es gab ja das Event jetzt mit Blanchet, mit Blanche, Blanchet, die ein Labras hatte. Und das Labras hatte so eine Schleife auf dem Kopf und war halt aus einer Spezialforschung einmal erhältlich. Und wer ein Shiny hat, hat Glück, wer keins hat, kein Glück. Und das ist auf jeden Fall mega brutal. Und jetzt ist für Team Gelb das nächste Event da, Team Rot wird natürlich auch noch kommen. Und hier sehen wir ein kleines Elekit. Mit einem Logo auf dem Arm, nämlich mit einem Team Gelb-Sticker. Trainer, euer Heldmut, ist wieder einmal gefragt. Spark hat mit seinem Elekit alle Hände voll zu tun und könnte eure Hilfe gebrauchen. Beim Event ein intuitiver Held hat ein Aufgaben rund um das Ausbrüten von Pokémon auf euch. Außerdem kann Ignivore zum ersten Mal in Pokémon Go aus Eiern schlüpfen. Und mit etwas Glück könnt ihr sogar schillernden Mantirps begegnen. Also könnt welche ausbrüten. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, beim Blanchet-Event gab es doch eigentlich nur eine Spezialforschung. Und dann hast du Labras bekommen. Und ansonsten gab es eigentlich nichts. Oder war Frubberl neu? War Frubberl bei Blanchet dabei? Oder war Frubberl so? Ich bin so durcheinander die ganze letzte Zeit. Der Stress, das Hin und Her, alles. Aber gefühlt verspricht dieses Event Team Gelb jetzt schon viel mehr, als das Blaue gemacht hat. Das Blaue war irgendwie so, ne? Und jetzt habt ihr Gelb und ihr habt neue Pokémon, ihr habt neue Shinies. Und ihr habt was ganz Besonderes, was es halt hier wieder mit Abzeichen gibt als Kostüm. Ein intuitiver Held von Dienstag, den 2. Mai, 10 Uhr bis Montag, den 8. Mai, um 20 Uhr, also eine Woche ungefähr. Ignivor und Ramoth erscheinen zum ersten Mal. Das Fackel-Pokémon Ignivor und das Sonne-Pokémon Ramoth erscheinen zum ersten Mal in Pokémon Go. Warum ist da jetzt so ein Ladezeichen? Jetzt ist es weg. Gut, ab dem Beginn des Events kann Ignivor aus 2 Kilometer, 5 Kilometer und 10 Kilometer Eiern schlüpfen. Für 400 Ignivor Bonbons könnt ihr Ignivor zu Ramoth entwickeln. Gibt's, denke ich mal, als männlich-weiblich wieder. Ich müsste also ein männliches entwickeln, ich müsste ein weibliches entwickeln. Ich würde gerne ein hunderter entwickeln, aber da ein hunderter ranzukommen ist natürlich wieder schwer. Und vor allem ein Lucky, das wäre ein Pokémon, würde ich nicht sagen, wir tauschen da jeden Tag 100 Stück hin und her, sondern ich würde mit einem Glücksfreund schauen, ob wir, wenn zwei Leute irgendwo ausgebrütet haben, wir das einfach tauschen für den Lucky Decks, einen Lucky Trade machen, einen garantieren, dann ist das auch abgehakt. Aber ansonsten fand ich Ramoth, glaube ich, diese fette große Feuermodde, immer wenn ich die gesehen habe, sehr cool. Hat mir auf jeden Fall Bock gemacht und ich habe mir immer gedacht, was, kommen die in Pokémon Go nicht auch auf mächtig fette WP? Habe ich mich mega drauf gefreut, wenn die irgendwann mal kommen. Jetzt kommt sie aber in Eiern. Ich hoffe, die wird irgendwann auch nochmal anders da sein. Ansonsten heißt es, wenn ihr viele Bonbons wollt, ihr müsst viele Eier brüten und wieder viele Brutmaschinen ausgeben. Und es ist alles wieder hinter einer Paywall so versteckt. Aber okay, es geht ja um Eier. Wenn nicht, brütet eins aus und lauft dann damit, dann könnt ihr natürlich auch die Bonbons erlaufen. Auch wenn es natürlich dann länger dauert und ihr halt nur ein Exemplar habt und dann ist das entweder gut oder schlecht. Und wenn ihr mehr brütet, habt ihr natürlich Chancen auf trotzdem ein besseres. Event Boni erhöhte Chance auf das Ausbrüten von schillernden Pokémon aus zwei 5 und 10 Kilometer Eiern. Also Shinies, die in den Eiern drin sind, sind erhöht. Doppelter Schlüpf Staub und doppelter Schlüpf EP. Jetzt gibt man nichts mehr für Raid Pässe aus. Jetzt locken die dich heftig mit den Eiern. Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 2, 5 und 10 Kilometer Eiern. Ignivore. Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 7 Kilometer Eiern. Übrigens könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Mantirps in Pokémon GO begegnen. Und da verstehe ich es halt dann auch schon wieder nicht, weil ich hasse 7 Kilometer Eier. Ich mache abends immer meine Geschenke auf, je nachdem mit wem ich interagiert habe und mit wem nicht. Ich habe da keinen Eierplatz frei. Ich mache das alles so am Stück. Jetzt müsstest du gezielt erstmal alles wegbrüden. Du musst aufpassen, dass du nichts drehst. Du musst dann, wenn du einen Platz frei hast, schnell ein Geschenk von irgendeinem aufmachen, dass du vielleicht ein Ei kriegst. Das gibt wieder ein wildes Durcheinander. Und dann sind die ja auch wieder begrenzt. Warum packt Niantic das nicht in 2 Kilometer Eier? Dass es 2 Kilometer Event Eier gibt, wie an Osterevents. Die Leute zum Osterevent, die haben gebrütet wie sonst was. Du hast unendlich viele 2 Kilometer Eier am Tag bekommen können. Hast unendlich viele Brutmaschinen kaufen können, ausgeben können. Und hast einfach, je mehr du reingecached hast, desto bessere Ausbeute und heftigere Ausbeute hast du bekommen. Jetzt 7 Kilometer Eier. Ihr öffnet vielleicht 20 Geschenke, kriegt vielleicht 10 Eier davon und dann ist es fertig am Tag. Und dann braucht man gar nicht auf andere Brutmaschinen zuzugreifen, sondern kann mit ein paar, mit einer Handvoll so einfach das wegbrüten. Und das, warum? Ich verstehe es nicht. Dann verkauft Niantic doch nicht so viele Brüter. Und also außer, ja da gibt es wieder Spezialfälle. Aber wenn ich jetzt so sehe, ich will unbedingt was haben, dann packe ich 2 Kilometer Eier einfach überall rein. Jetzt, wenn ich die 7 Kilometer überall rein packe, dann ist trotzdem schon Feierabend. Dann ist kurz danach Feierabend. Und es geht nicht weiter, du musst dann auf den nächsten Tag warten. Und da noch einen Mantirps zu verstecken, neu als Shiny, finde ich schon mega beschissen. Ich muss es leider so sagen, es ist, Praktibalk ist hier auch drin, kann Shiny sein, wer es noch braucht. Ansonsten 100er Praktibalk habe ich noch nicht, wäre auch ein cooles Pokémon. Vonera, Bantimimi, ja sind jetzt nicht so die Bringer. Lau, Cups, Milza, Schnutheln. Mantirps ist halt für die Shiny Jäger wieder. Ansonsten Milza-Bonbons, ein gutes Milza noch kriegen. Ignivo erstmal zu kriegen, wäre cool. Aber nicht in 7 Kilometer Eiern, ich bitte euch. Spezialforschung, ein intuitiver Held. Auf euch wartet eine Spezialforschung mit Spark. Als Belohnung für den Abschluss der Forschung könnt ihr Elekit mit einem Accessoire im Stil von Spark begegnen. In dieser Jahreszeit ist das nur auf diese Weise möglich. Heißt das jetzt wieder, dass in der nächsten Jahreszeit man vielleicht weitere Exemplare davon bekommen kann? Es stand ja bei dem Lapras auch schon so da. Das heißt, ihr kriegt eine einzelne Begegnung mit diesem Elekit. Und entweder ist das Shiny bei euch oder nicht. Das ist auch schon wieder so und du musst ja nur Glück haben. Du kannst nicht mal aktiv was dafür tun. Außer du machst hier unendlich viele Accounts und guckst, dass irgendeiner ein Shiny kriegt und tauscht dir es dann rüber. Kann also Shiny sein, aber naja, mal gucken. Pokémon bei Feldforschungen. Magneton, Schanera, Elektec, Magma, Relaxo, Mantax, Palim, Palim. Palim, Palim gibt ganz viel Staub. Schanera auch fett, interessant. Elektec eigentlich ganz gutes. Pokémon, Relaxo als Shiny sieht auch sehr gut aus. Magneton stark. Kann nicht Shiny sein. Obwohl, naja, was weiß ich. Aufgepasst, Spezialforschung für diese Jahreszeit, ein Alltagsheld. Ja, die haben wir schon, stecken wir schon mittendrin. Während der 10. Jahreszeit aufsteigende Held ist eine kostenlose Spezialforschung verfügbar. Hälft Professor Willow, macht euch auf spannende Entdeckungen gefasst. Die Forschung ist bis zum Ende der Jahreszeit am 1. Juni 10 Uhr verfügbar. Da sind wir ja drin. Die meisten Leute warten drauf, dass sie endlich mal weitergeht. Bis jetzt ging die noch nicht weiter. Es gibt also keine besonderen wilden Pokémon hier während des Eventes. Was ich sehr schade finde. Dieses Elekit wieder nur einmal drin in einer Spezialforschung. Wo man wieder einfach nur extrem viel Glück haben muss. Und der Rest in 7 Kilometer Eier versteckt. Wie Mantyops. Was total nervig ist und mega begrenzt ist. Aber wenigstens kann man Ignivor aus allen Eiern kriegen. Außer 12 Kilometer Eiern. Also 2, 5, 10. Ich würde mich natürlich über einen Shiny Elekit freuen. Ich würde mich freuen über Shiny Mantyops. Und ich würde mich freuen über einen Ignivor in Lucky. Wenn mir das jemand tauscht. Dann. Wenn ich auch eins habe und wir vielleicht Mirror Traden. Ansonsten ein Event, wo man einfach nur mega viel Glück braucht. Du brauchst ja schon alleine Glück, wenn du ein Geschenk öffnest, dass überhaupt ein 7 Kilometer Eier drin ist. Das hat ja alles auch schon mit Glück zu tun. Finde ich sehr komisch. Weiß ich nicht, ob ich mich da freuen soll. Mal gucken, ob das später irgendwann auch mal wild erscheint. Und wie man nochmal an Mantyops kommt. Oder wie hoch das wirklich ist. Aber. Ja. Bis jetzt finde ich es auf jeden Fall. Viel Neues. Okay. Ich habe mich mega gefreut. Jetzt habe ich gesehen, wie es wirklich ist. Und jetzt bin ich ein bisschen angepisst. Schreibt mal eure Meinung da rein. Wie findet ihr das? Ein intuitiver Held. Heftspark. Ich bin raus. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses.